Aber ihr werdet es auch hören, ne? Liebe Mitmenschen, auch die Mitmenschen, Unibor! Geil! Es ist ein Grund, warum wir hier, vor allem in der Nachzeit, wir jede Woche auf den Stahl, ne? Wieso nicht zu ihr? Die erste und oberste Sprit sind es unseren Kindern ein lebenswertes Planeten zu hinermassen. Das machen wir aktuell nicht und so gar nicht in so einer Seite. Das andere ist, in der Bibel steht, du sollst dich töten. Auch eine Forderung, die diese Base nicht erfüllt. Diese Base gehört aus diesem Grund geschlossen. Der nächste Punkt ist Gandhi. Hallo! Sei du die Veränderung in der Welt, die du zu sehr wünschst. Diese Base steht für Stillstand, ja sogar Rückschritt, ein weiterer Grund dieser Base zu schliessen. Und den Menschen hier sage ich, wenn diese Base geschlossen ist, verliert ihr nicht Arbeitsplätze, ihr gewinnt neue Arbeitsplätze, qualitativ bessere Arbeitsplätze, bessere Umweltbedingungen. Wenn sie nur besser mit einer Erwärtsin in die Kombination kommen. Kommt so bunt und macht mit! Danke! Tack! comes due und vorabili